Eine Doppelt-Event-Woche steht nächste Woche an, denn ich habe für euch die Events der nächsten Woche am Start. Vom 4. bis zum 10. Dezember. Montag Glücksrad-Event mit Gutschein und gleichzeitig Boot-Event Doppelt-Münzen. Dienstag Büsche, also alle Büsche produzieren zweimal so schnell und Stadt-Event Doppelt-Münzen. Mittwoch Produktionsgebäude 20% schneller und LKW-Event Doppelt-Münzen. Donnerstag Stadt-Event Doppelt-XP und Farm-Besucher Doppelt-Münzen schon wieder, also wieder das Decken-Event. Freitag Angel-Event, alle Gebäude 20% schneller und Schiff-Event Doppelt-Münzen. Samstag Tiere geben zweimal XP und LKW Doppelt-Münzen. Und Sonntag haben wir Farm-Besucher Doppelt-XP und Stadt Doppelt-Münzen. Das nächste Derby ist ein normales Derby. Das sind die Infos zu den Events der nächsten Woche. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, aber ich habe eben ein Video rausgehauen zu dem neuen Farm-Pass. Checkt das auf jeden Fall mal aus, weil es gibt jetzt drei Farm-Pässe statt nur noch einen. Und ja, ich habe mir den auch schon gekauft. Wenn ihr euch den gönnt, denkt an den Creator-Code, danke, dass ihr das macht. Und es ist eine richtig coole Sache, dieser neue Farm-Pass, also ich feiere den sehr. Ist aber natürlich teurer, deswegen checkt mir das Video aus. Danke fürs Zusehen, haut rein, tschaui.